Und jetzt übertragen wir Ihnen die Schlussbilder der 350. Vorstellung der erfolgreichen Operette Casanova. Es ist die letzte Vorstellung der Spielzeit. Das Theater ist natürlich bis auf den letzten Platz besetzt. Unser allerlieblingsspiel, wir alle kennen ihn ja, Ralf Gregor. Er spielt den großen Frauenbethörer Casanova. Liebenswürdig, hinreißend, temperamentvoll. Seine Partnerin, mit der er hier Abend für Abend auf der Bühne steht und deren Stimme wir gleich hören werden, ist Steffi Schneider. Unseren Rundfunkhörern längst aus vielen Sendungen bekannt. Jede Frau sehnt sich nach dir, Casanova. Denn in deinen Küssen liegt eine Welt. Du kannst nett und unvermütter Mann sein, wie als jeder Frau gefällt. Jede Frau sehnt sich nach dir, Casanova. Denn sie weiß, dass du der Richtige bist. Und sie kann dich niemals mehr vergessen, wenn du sie nur einmal kriegst. Du schläfst bei jeder kleine Liebelei, dass es für dich jetzt nur noch eine gibt. Und doch ist morgen alles längst vorbei. Denn du hast dich schon wieder neu verliebt. Und du schläfst bei jeder Frau sehnt sich nach dir, Casanova. Und du weißt ja, du liebst nichts, wie nur allein. Und man verschenkt dafür ein ganzes Leben, um von dir gar nicht zu sein. Du weißt ja, du weißt nur noch immer wieder 문제 Julien. Und du weißt ja, du weißt ja, du weißt ja, du weißt ja. Und du weißt ja, du weißt ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018